Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, ich bin Rod Mac und wir befinden uns hier wieder in Sankt Worry Hills, Home Sweet Home, ist mal wieder Zeit. Ich musste Taschen leeren, ich musste Dogmeat ausschütteln, den mal richtig waschen, ich musste mich ein bisschen um die Siedler in meinem Dorf kümmern, obwohl ich das ein bisschen vernachlässigt habe, ehrlich gesagt. Ich habe vor allem geschaut, dass ich wieder Platz habe in meinen Taschen, dass wir in neue Abenteuer aufbrechen können und zwar will ich euch was zeigen, Freunde. Schaut euch das an, ein Traum. 274 von 425, boah, what the fuck. Ich habe extrem viel Essen hier gelassen, damit wir wirklich richtig Platz haben, bisher hatten wir immer so 100 Einheiten Platz, um mitzutragen. Jetzt haben wir richtig, richtig viel Platz, ich habe jetzt hier auch noch nicht ganz aufgeräumt mit den Waffen, ist aber egal, ein bisschen Minen und so, die ich eigentlich gar nicht brauche. Auch die Rauchgranaten und alles. Nehmen wir jetzt einfach mit, es ist egal, das Essen war wirklich schwer, ich habe so viel gekocht immer und das Essen einfach mitgetragen. Dabei esse ich ja gar nicht so extrem viel und das hat sich dann halt angehäuft. So, aber jetzt fertig gelabert, jetzt wollen wir los in die Schlacht und ich habe mir ein Ziel vorgenommen für diese Folge. Ich habe mir nämlich gesagt, ich habe in der letzten Folge haben wir ja von oben nach unten angefangen, so ein bisschen, wie wir das handhaben wollen mit den Quests abschließen. Jetzt habe ich mir gesagt, weißt du was, wir haben den Grashüpfer gefunden, wir machen hier einfach weiter, die Geschichte da weiter. Wir wollen jetzt wissen, wo dieser Schatz sich verbirgt und zwar müssen wir dafür jetzt hier hin, Sham Drawns Grab müssen wir finden und dafür porten wir nach Galerie von Pikmin, der üble, kranke Künstler. Da porten wir mal hin und schauen uns dann mal an, ob wir das Grab finden und vielleicht war es dann auch schon mit dieser Quest. Dann ist sie vielleicht schon abgeschlossen. Ich bin eigentlich ein bisschen drauf, jetzt ein bisschen Quests zu erledigen und wenn wir sie in einem Stück machen können, ist es umso besser, die Nebenquests zumindest. Dann hat man nämlich auch den roten Faden, was wir jetzt hier eigentlich machen. Jetzt haben wir den Grashüpfer gefunden auf dem Dach. Darunter war ein Zettel und auf diesem Zettel stand, hey hier Grab von dem Typen hier, los, hol ihn dir. Und da gehen wir jetzt hin und holen uns den Schatz. Ja, ich bin gespannt, was der Schatz sein wird. Wahrscheinlich irgend so, irgendwas Beschissenes, was uns gar nichts bringt. Aber eine kleine Schnitzeljagd dafür. Machen wir gerne mit. Bringt Unterhaltung und da liegen immer noch nackte Leichen, die wir da abgelegt haben. So, 30 Meter in diese Richtung. Das kommt gut. Einmal, nee, kommt 10 Millimeter Pistole. Da haben wir so viel Munition, das ist der Wahnsinn. Und da drüben ist auch gleich. Und da höre ich auch schon Gegner. Sehr gut, ein Ghoul. Oh. Bam. Ja gut, dann machen wir es halt so mit dem Ghoul. Aber der hält ja sowieso nichts aus. Oh. Der nächste. Leicht erschrocken. So, was hat denn der dabei? Schraubenzieher. Interessiert mich ein Feuchten. Der hat auch einen Schraubenzieher. Das ist aber der gleiche wahrscheinlich. Ah, ein Friedhof. Sieh dir das an. Und dann graben wir mal nach diesem Schatz. Eine Cutscene gibt es wahrscheinlich nicht jetzt. Nee, natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Der goldene Grashüpfer. Jem Drones Schwert mit Sternchen. 38 und 11 Schaden. Das ist immer noch ein bisschen wenig, wenn ich bedenke, dass mein Hammer, der macht 81 und 24. Ja, ist ein bisschen ein anderes Kaliber. Aber wir nehmen die Waffe trotzdem gerne mit. Und dann schauen wir aus dem Goldbarren. Oh. Unten keine Angstzettel. Fürchte dich nicht. Die Klinge ist vom Eisen des Teufels. Doch nur der Träger macht sie böse. Drawn. Ja, danke dafür. Drawn. Danke. Ja, das war es dann auch schon mit der Quest, so wie es ausschaut. Gut, schauen wir kurz, wie es ausschaut. Das schaut gut aus, ja. Die Quest ist weg. Sehr gut. Versorgende Truppe haben wir eigentlich quasi gemacht. Wir müssen nur noch zurückkehren. Machen wir jetzt nicht. Sprich mit Gelehrten der Bruderschaft. Da müssen wir auch aufs Schiff. Machen wir auch noch nicht. Die Reinigung. Salbere Big Jones Schroppplatz. Das können wir eigentlich machen jetzt, ja. Das ist auch wieder so eine Quest, die man so lockerflockig mal machen kann. Und der Schroppplatz befindet sich. Dummdi dumm 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 dumm. Wo ist denn der Schroppplatz? Hallo, Schrottplatz. Wo bist denn du? Warum zeigt es mir die Markierung? Ah, da ist er. Schroppplatz. Also gut. Kann ich nicht hinporten wahrscheinlich. Nein, kann ich natürlich nicht hinporten. Na, toll. Da haben wir noch eine Polizeistation. Im Liter. Kontroll. Punkt. Den haben wir aber schon entdeckt. Und deshalb gehen wir da hin. Und von da aus laufen wir zum Schrottplatz hin. Und da müssen wir einfach mal wieder wahrscheinlich Malwurfsratten killen. Um die Quest zu erledigen. Dann haben wir wieder relativ viele Quests, die wir erledigt haben. Und können dann mal wieder richtig doll abgeben. Und kriegen dann wahrscheinlich auch gleich Level 39 geschenkt. Und dann irgendwann mal sollten wir dann wirklich nach Good Neighbors ziehen. Um die Hauptquests da weiterzuführen. Aber jetzt erstmal in diese Richtung zum Schrottplatz. Ich hoffe, wir haben da nicht mehr groß Kontakt auf dem Weg. Ich will da nicht allzu viel Zeit verplempern. Oh, und soviel zum Kontakt. Was wird denn da beschossen? Was bist du für einer? Du bist ein Gegner. Und du bist auch ein Gegner. Aber erstmal auf den Gegner. Super Mutanten. Ja, gut getroffen, Rotmeck. Lass es doch einfach sein, wenn du nicht trifft. Boah, aber der macht auch keinen Schaden und trifft nichts. Ist das ein Selbstmordattentäter? Und wie? Ein Schuss. Ein Treffer, würde ich meinen. Oh. Was denn? Hey. Oh, komm ich denn mal auf? Dann geh mal ein bisschen zu dem hin, ne? Was griffst du denn auch nicht? So. Machen wir ja mehr Schaden mit der Nahkampfwaffe. Bekanntlich. Und da ist der nächste Gegner. Oh, jetzt schießen sie auf uns schon. Wieso machen die denn das? Die sollen sie doch noch ein bisschen selber bekriegen. Das ist aber einer der Bruderschaft, oder? Das ist doch kein Gegner. Das ist doch ein Bruderschaftstyp. Sag mal, wer schießt da auf wen genau? Und wieso? Wieso? Weshalb? Wer nicht? Frag bleibt. Dumm. So, komm jetzt. Aber jetzt leg dich mal hin hier. Dann schaue ich mir den Typen hier mal. Das ist doch ein Ritter der Bruderschaft. Das heißt, die Bruderschaft ist hier und hilft mir. Das ist ja eigentlich ganz gut. Aber wieso? Wow. Ich wollte ja noch da. Wollte noch blündern. Polobarke. Ja, den lassen wir mal. Du Scheißkerl. Jetzt ist aber endgültig genug hier. Wie viel Rüstung hat denn der an? Oh, der hält schon ganz gut was aus. Scheiße. Jetzt muss ich aber dringend mal was reinpfeffern. Und ich gehe da rein und verstecke mich da drin. Und dann essen wir doch mal was, ja? Was ist denn das für eine Folge? Bitteschön. Das fängt ja hier schon mal an. So. Gegessen wird und... Du hast Schmerzen im Gesicht. So schaut's aus. Und wieso ist die Stelle eine Bruderschaft denn hier? Und schickt mich noch hier hin? Die räumen das Ding ja schon selbst. Oder hätten das gewollt. Irgendwie haben die das nicht geschafft. Da war wirklich nicht sehr viel Professionalität zu sehen bei denen. Oh, ein Kriegsfürsten. Natürlich. Natürlich. Wieso auch nicht? Das ist noch ein normaler. Dann hauen wir einfach mal so weg. So. Jetzt wird's aber interessanter. Der Kriegsfürst ist irgendwo da oben. Oh. Das ist noch ein schlechter. Natürlich. Weißt du was? Hier, Nahkampf. Bam. Ich mach 60% mehr Schaden im Nahkampf. Also. Pass auf, Bruder. Und ich kann nicht entwaffnen. Nein, 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 nein. Ich will dich entwaffnen. Komm. Entwaffne ihn. Ja, Gegner ist mutiert. Nein, scheiße. Das wollte ich nicht. Ja, komm. Du sag mal, wie viel hältst du aus, Freundchen? Das lockt ja auch noch. Oh, oh. Handgranate. Jetzt muss ich aber hier raus. Wie komm ich denn hier bitte raus? Ich möchte hier gerne mal einen Ausgang finden. Da. Sehr schön. Dann ein Stimpack rein. Dann werde ich mich hier drin nochmal verstecken. Mein kleines Versteck hier. So, Dogmeat, wie sieht es bei dir aus? Weißt du, so ein bisschen Hilfe wäre auch nicht. Oh, wie viele sind denn da noch? Oh, oh. Handgranate. Wir sind zu weit weg von der Burg, denke ich mal. Damit ich hier das Ding nutzen könnte. Oh, wie viele sind denn das? Das sind ja echt zu viele. Oh, oh. Sag mal, Moment, 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 Moment. 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 Einfach mal mitten im Kampf hier mal. Moment, ne? Dann nehmen wir mal die Molotow-Bottels nach vorne. Ja, wenn ihr das könnt, kann ich das auch, ihr Schweinepriester. Oh, scheiße. Scheiße. Nein. 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 Was ist denn hier los, verdammt? Wie viel gibt es denn davon? Jetzt muss ich das Ding räumen. Vor Supermutanten räumen. Seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Und der letzte Speicherpunkt ist wahrscheinlich Jahre her, ne? Oh, leck mich. Wenn ich jetzt in Soctuary Hills erwache, dann, äh, ja. Danke. Boah, so viele Supermutanten. Und wenn ich etwas hasse, meine Freunde, dann sind das Supermutanten. So, wie sagen wir, willst du noch laden, Freundchen? Setz mich einfach wieder da ab, wo du mich hergeholt hast. Dann hau ich das Zeug weg. Na super. Wir sind wieder hier. Ja, sehr schön. Sehr schön. So gefällt mir das überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So, nochmal zum Militärstützpunkt. Müssen wir halt. Müssen wir durch, Freunde. Jetzt müssen wir hier aber ein bisschen, ne? Ramba-Zamba und rein und alles wegballern, was geht. Ich frag mich gerade, ob ich vielleicht einen Raketenwerfer brauchen soll. Den hätte ich vielleicht auch mal modifizieren sollen, ja? Oder die Mini-Atombombe wäre jetzt auch nicht so schlecht eigentlich. Das wäre auch eine Möglichkeit. Die Vertibirds sind auch da. Vielleicht kann ich jetzt, ich weiß ja jetzt, dass der Typ zu mir gehört. Dann kann ich dem vielleicht noch ein bisschen helfen hier. Die Dock wird jetzt auch wieder irgendwo. Weiß ja schon, von Anfang an ist der Typ nicht mehr da. Verstehe, wer will. So, das ist einer von uns. Einer von uns. Wo steht, ach, das ist ein Raider da. So ein Scheißtyp. Ein legendärer Gunner. Oh oh. Das klingt auch nicht schlau. Leck mich am Arsch. Was ist denn hier bitteschön los? Ich glaube, ich muss wirklich noch, mir noch eine Power-Rüstung und eine Mini-Atombombe holen. Ist ja Wahnsinn. Und der Legendary Gunner ist ja auch noch da. Und ich treffe da überhaupt nichts. Zack. Das kann Stunden dauern. Ist er mutiert oder was? Natürlich ist er jetzt mutiert. Boah, Freunde. Das dauert jetzt aber seine Zeit. Oh, komm, mitten in die Eier. Mitten in die Eier. Und da explodiert alles. Und man könnte denken, es sei alles tot. Aber nein. Nein, da lebt immer noch Zeugs. Und der Sub-Mutanten-Hund, der mutiert auch noch. Natürlich. Weil ich meine, wieso nicht, ne? Wir könnten eigentlich die Gunners gegen die Super-Mutanten mal kämpfen. Wäre auch nicht so übel. Kommt, da ist einer. Und von da kommt einer. Könnt ihr gegeneinander rauf. Geht aufeinander los, ja. Ich root in der Zeit hier den Hund mal. Ja, ein bisschen mehr Schaden gegen Tiere. Das könnte eigentlich ganz gut sein. Ich lasse die erst mal sich gegenseitig hier noch ein bisschen töten. Der Gunner ist weg. Der Mutantenschlechter auch gleich. Und den habe ich brutal gut entwaffnet. Und jetzt muss ich aber rennen. Jetzt, Freundchen, rennst du hier aber mal ordentlich weg. Und wenn er so ein verschissener Super-Mutant meint, er müsse dir folgen, dann darf er das gerne. Wir holen aber jetzt mal einen Molotow-Cocktail als Zweitwaffe her. Und dann hauen wir den Super-Mutanten hier mal ordentlich auf die Mütze. Das bringt gar nichts. Dann machen wir das halt so. Sag mal. Aber ein bisschen Schaden frisst du schon. Und wie weit können die denn schießen, bitte? Da kommen sie, die ganzen Honey-Bunny-Dinger. Scheiße. Verdammte Minigun-Schützen. Dann noch mit Totenschädel und so. Weißt du? Hier. Da ist ein Auto, das in die Luft fliegt. Und leck mich doch mal ganz fett am Arsch. Ich muss hier weg. Ich muss hier einfach nur weg. Was haben wir denn da? Computer. Nee, jetzt nicht. Jetzt wird nicht gezogen. Oh oh, da brennt was. Da brennt was. Meine Güte. Was ist denn hier bloß los? Das ist ja kein Gramm normal. Und jetzt hört doch auf und verpisst euch. Wahnsinn. Wollen die mir jetzt bis Las Vegas folgen oder was? Vegas Baby. Kommt mit. Das sind Scheißkerle. Ja, habe ich dich angeschossen, ja? Jetzt lachst du nicht mehr, wenn du alleine bist. Das ist Wahnsinn. Ein Hammer. Also nee, komm. Das wird doch... Ah, zwei sind tot. Ist das Dogmeat oder ist das die Sterne Bruderschaft, die da noch hilft? Oder was geht denn hier noch ab? Man weiß es nicht. Aber der Typ hier ist auch gleich weg. So. Oh. Und Dogmeat ist auch wieder auf den Beinen. Wenn es ausschaut. Dann können wir hier wieder angreifen. Guck mal, wie viele. Wie viele seid ihr denn, Freunde? Das ist ja echt der Wahnsinn. Oh oh. Oh oh. Nein. 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 Einfach nicht. Einfach nicht. Abhauen. Weg hier. Diese verdammte Miniguns. Jetzt, wenn ich Dogmeat hier hätte, könnte ich den Raketenwerfer mal nach vorne holen. Ich denke, das wäre jetzt in dieser Situation gar nicht mal so übel. Aber so habe ich keine Chance. Nee, das Miniguns gegen da mein Scharfschützengewehr, das schaut schlecht aus für mich. Gefahr. Gefahr. Ich kann da noch einen Molotow-Koktel loswerfen. Oh, scheiße. Weg hier. Nichts wie weg hier. Oh, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Das nenne ich mal Super-Mutanten-Probleme. Boah, die Nächsten kommen. Oh, wie weit können die denn bitte schön ihre scheiß Granaten werfen? Das ist ja auch nicht normal. Haben wir hier noch irgendwie Gunner? Was haben wir denn da? Raider. Okay, sehr schön. Finde ich sympathisch. Vielleicht gehen die sich jetzt gegenseitig wieder an die Kehle. Macht nur. Macht ruhig. Ich gebe euch hier die Bewilligung, euch gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Habe ich kein Problem mit. Was haben wir denn da? Da ist auch noch ein Raider. Komm mal raus hier aus deinem Legendärer. Nein, jetzt brennt da schon wieder alles. Und ich... Aua. Sag mal, das ist doch... Wahnsinn. Ins Wasser mit mir. Das brennt am Arsch. So. Das ist ja... Das ist... Nee, das geht doch auf keine Kuhhaut, sowas. Überall. Überall Gegner. Ah, der ist schon fast tot. Dann können wir jetzt eigentlich mal hier ein weniger. Aber das hat bestimmt keinen Minigun-Schütze. Da ist auch noch einer. Den markieren wir jetzt auch noch. Schau dir das an. Schaut euch das an, Freunde. Das ist doch... Das ist... Das... Nee. So haben wir nicht gewettet, Freunde. So haben wir nicht gewettet, ne? Der Typ hier. Werft mich auch. Doch. Ja, doch mit. Bist du da? Ja, komm. Jetzt doch mit. Doch mit. Doch mit. Nein, komm her. Komm her. So. Jetzt muss ich denn... Jetzt schreie ich hier den Computer an, weißt du? Doch mit. Komm her. Gib mir den Raketenwerfer doch mit. Gut. So. Und dann... Äh... Raketenwerfer mal angezogen. Wie viele Schuss habe ich? 32. Das sollte schon reichen für ein bisschen was. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich auch einigermaßen treffe hier. Aber so wird das nix. Ich muss mir eine bessere Position suchen. Sag mal. Jetzt einfach mal drauf geschossen. Und gehofft, das war gar nix. Oh. Immer so schlecht war das doch gar nix. Nix getroffen, aber... Das ist ja alles voller Supermutanten hier. Weißt du, das schickt mich die Sterne in der Bruderschaft los. Hey, ich hab ein Problem. Mit Supermutanten. Kannst du das mal lösen? So, ja, denkst du dir? Ja, komm. Zwei, drei Supermutanten. Kein Problem. Dann kommst du hierher und schau dir das Ding an hier. Das ist die Normandie. So, minus eins. Boah, weißt du? Das sind Named und Legendaries und Mutierte und... Hast du nicht gesehen drunter? Oh, jetzt haben wir hier auch noch. Schub, fick dich. So, ist der Hund weg? Nein, ist er nicht. Natürlich ist er nicht. Komm. Nee, nee, nee. Dann laufe ich wieder von einer Hölle in die nächste. Und das war jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber was schießen wir jetzt wieder? So. Da haben wir ein gutes Ziel. Drei Stück von denen. Das muss ich wirklich nur noch treffen. Aber das ist wirklich so ein bisschen ein Problem von mir. Hier. Wieder ein weniger. Ah, langsam kommt das gut. Ich sollte nicht zu früh raus hier. Auf dem Stimpack. Die kommen gleich um die Ecke. Nachladen. Komm. Schießen wir auf den Hund. Und ich schieße auf sie. So, einer. Ey. Krasser Scheiß. Wie krass ist denn der Scheiß einfach? Hier. Mit dem Raketenwerfer ins Gesicht. Einfach mal. Oh, nein. Das ist, äh, das war das... Nee. Das war falsch. Oh, Freunde. Die wohl geilste Folge. Überhaupt. Das ist ja... Hatte ich jetzt aber echt noch nie so krass. So viele Super-Mutanten. Aber die gehen langsam... Step by Step zugrunde. Zum Glück habe ich so viele Raketen gesammelt, ne? So. Da ist noch einer. Also es sind schon noch mehr als einer da. Aber... Es nimmt ab. Ich sehe noch vier jetzt. Na, vielleicht... Was denn? Nee. Ich höre zwar stimmen, aber da ist keiner. Das sind irgendwo Raider oder Gunner. So, der Kriegsfürst ist auch bald pleite. Oder platt. So. Abgeschlossen. Säubere. Sehr schön. Ha! Freunde. Nicht mit mir. Das war jetzt easy. Easy. Prokorken. 5mm Patronen. 70 Stück. Leckt mich aber. Hochgeschwindigkeit zerfetzte MG-Gedöns. Ja. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Das hat jetzt richtig Laune gemacht. Ich fand's ein bisschen übertrieben. Da haben wir noch zwei Gegner davor. Wahrscheinlich sind das die Raider oder die Gunner. War jetzt ein bisschen übertrieben. Dogmeat, hast dich ausgeruht. Alles okay? Komm, du kannst die Waffe wieder haben. Das war jetzt leicht übertrieben, das Ganze. Aber... Ja. Keines Highlight. Boah. Freunde der Nacht. Was war das denn? Bitteschön. Ich will mal die Minigun anschauen. Wo ist die? Die ist wahrscheinlich da unten. Zerfetzte Minigun. Die leckt mich am Arsch. Aber was? Neun Schaden. Die werde ich mal bearbeiten, Freunde. Die werde ich mir mal bearbeiten. Und dann... Hauen wir hier den ganzen Scheiß weg. So. Da drüben hat's jetzt auch noch zwei. Ich muss die einfach noch killen. Einfach nur so fürs Gewissen. Weil es geht natürlich nicht, dass ich jetzt die Supermutanten alle getötet habe. Und diese... 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 Diese Penner hier... Noch stehen lasse. Aber die sind... Wahrscheinlich... Noch was entdeckt. Ist auch gut. Ich bin da. Ah, das ist ein Legendärer. Genau. Einfach mal... Einfach mal drauf gehalten. Der wird sich schon... Äh... Niederhaltefeuer. Und dann... Stimpack. Und dann gehen wir runter. Die sind gar nicht mal so schwach. Die sind gar nicht mal so schwach. Aber wisst ihr was, Freunde? Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Ich speichere hier mal. Ja. Ich... Äh... Nein. Da will ich nicht... Wenn ich sterbe, dann... Verzeihe ich mir das nie. Wenn ich da nicht gespeichert hätte. Da haben wir jetzt so viel Zeit rein investiert. Und so viel Munition. Auch. Gut. Die hätten wir natürlich dann wieder. Komme ich da rein? Sehr schön. So. Kann ich mir vorstellen. Ich bin's. Rotmack. Was ist das? Und... Oh. Ein MG. Geschützturm. Der muss auch mal weg. Und du, Ödländer, bist auch mal weg. Und... Da ist er, der Legendäre. Der jetzt gerade mutiert. So. Ich kann das auch ohne... Ohne diese Scheiße machen da. Oh. Kein Monotov mehr. Das heißt mal ein Stimpak. Da ist auch ein Legendary. Sind das zwei Legendaries? Ne. Nur einer, oder? Nur einer. Und bald ist es keiner mehr. Ich muss die Stimpaks brauchen. Ich hab 70 Stück davon gehabt. Ich muss die einfach verbrauchen. Sonst haben wir zu viel, ne? Oh. Was soll denn das? Keine Munition mehr. Was ist los? Zack. Damit können wir auch noch. So. Ja, schön. Er hört die Präzision. Aber die AP kosten im Wads, wenn du dich noch nicht im Kampf befindest. Okay. Den Rest können wir nicht sein lassen. Hier. Patrone. Cocktail. Yum, yum, yum. So. Das war doch gar nicht mal so übel. Doch. Es war schon ziemlich übel. Aber... Was? Jetzt hat es da noch mehr davon. Ich wollte doch den Computer noch lesen. Ist Terminal. Okay. So, was haben wir denn da? Die 308er. Der ist mal weg. Die macht ja auch gut Schaden eigentlich. Und hat auch eine gute Kadenz. Guter Schaden, gute Kadenz. Und jo, jede Menge Bälle. Die nehm ich jetzt alle mit. Ich will zu Hause meinen Tisch füllen. Und das können wir damit jetzt. Da unten hat es noch eine Tür. Da unten hat es noch eine Tür. Soll ich diese Tür, ne? Nee. Komm. Doch. Wollen wir mal runter mal schauen, wo wir da hinkommen. Andrew Station. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Freunde. Gehen wir da noch rein und schauen uns da ganz, ganz kurz um. Aber wirklich nur ganz kurz, ne? Wir wollen da nicht allzu lange drin bleiben. Mal schauen, ob sich das rentiert hier. Das war ich. Und ich werde euch gleich mal Hundi und Gegner. Oh, das sind zwei. Freunde, kennt ihr den? Kennt ihr den? Das ist mein Lieblingswurf. So, dann, äh. Das war knapp, knapp. Mein Freund. Ich speichere jetzt mal nicht. Das werden wir schon schaffen. Sagte er. Die berühmten letzten Worts, die nicht wahr? So. Hier, das nehmen wir alles mit. Auch hier. Schraubpatronen können wir brauchen. Komm, ich. Und da geht der Zug. Das war die Glocke für den Feierabend. Ich hoffe, das ist nicht... Ja. Ich werde Aktivitäten, die vernächtigt sind, sofort melden. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu groß hier unten. Weil ich denke, wir können noch so ein bisschen... Bisschen überziehen können wir. So. Einfach nur schon aus dem... Nee, komm. Den hau ich jetzt nicht raus. Nur schon... Nein. Weck da. Ficken. Sorry. Ähm. Nur schon aus dem Grund, weil ich da mal gestorben bin heute. So. Hier die Tür, die Tür. Da gibt's gar nichts Sinnvolles. Medics und Mentats. Aber Stim-Packs sind hier auch nichts zu finden. Okay. Wir kamen von... Nur damit ich hier nicht völlig falsch liege. Dann... Wir kamen von da, ne? Ja, genau. Von da kamen wir. Dann gehen wir doch da mal runter. Das ist der einzige Weg, den wir jetzt noch gehen können. Da unten gibt's sicherlich auch noch ein paar Gegner. So, was haben wir denn da? Feines. Ja, wo hat man denn da Feines? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Kommt wieder. Ja, super. Super hast du das gemacht, ne? Vorgehalten. Bisschen. Kein einziger Treffer, weißt du? Das zeugt einfach wieder von einem gewissen Können. Scheiß, die beiden. Heute ist ganz schlimm. Oh, Handgranate. Heute ist echt ganz schlimm, wo ich da reinlaufe immer wieder. Oh, Legendary. Okay. Jetzt mutiert er schon. Sehr gerne. Ich hole mir ein Stimpack. Noch ein Stimpack. Ich habe so viele Stimpacks gebraucht heute. Geh down. Nein, 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 nein. Moment. Nein. Und ich sage noch letzten Worte, ne? Scheiße. Nein. Ich bin so ein Idiot manchmal. Echt. Ja gut. Wir sind zumindest hier wieder. Wisst ihr was? Das machen wir doch beim nächsten Mal. Es ist Zeit, wie eine Pause ist. Ich muss jetzt wirklich eine richtige Pause machen. Weil das, was jetzt hier gelaufen ist in der Folge, ist ja übelst, übelst. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und hoffe, ihr habt doch ein bisschen Spaß bei dem Supermutanten-Gemetzel. Bis zum nächsten Mal. Euer Rotmack. Ciao.